Was ist das? Irgendeine Kohle oder sowas? Äh, widerlich. Es war ein bergekliger Müllbeutel. Da waren Risse und, äh, ja, da waren Risse in den meisten der Beutel. Etwas, das wie eine alte Videokassette aussah, ragte nach draußen. Habe ich die Kassette mitgenommen? Ja, das interessiert mich. Ich war mir nicht sicher, was ich eigentlich auf diesem Band glaubte, entdecken zu werden, aber ich habe es trotzdem mitgenommen. Okay. Ich möchte nicht weiter in diesem Müll herumwühlen. Ja, das glaube ich. Aber ich will immer nach unten drücken, aber das ist natürlich falsch. Ich glaube, das war ganz gut, dass wir hier nochmal lang gelaufen sind. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, um das Band irgendwo abzuspielen. Na, zu dem Computer oben können wir ja jedenfalls nicht zurück. Und da haben wir bestimmt auch keine Möglichkeit. Okay. Ich konnte ein fernes, ja, tricklinges Sound, also tropfendes Geräusch vielleicht hören, so etwas wie Wasser. Was war das? Oh, das sind Rohre. Exit! Und zwei Pfeile zeigen darauf. Ich habe die Befürchtung, dass das nicht der Weg ist, den wir gehen sollten. Nicht in einem Spiel wie diesem. Ein Küchenmesser. Oh Gott. Bedeckt von getrocknetem Blut. Schon allein darüber nachzudenken. Ähm, ja. Macht er mich krank. Ich wollte es nicht mal anfassen. Habe ich das Messer mitgenommen. Ja, wir sind total friedfertig und wir fassen es nicht an. Ich habe ja immer noch so die Befürchtung, dass er rauskommt und dann das Modus verhaftet wird. Deswegen ist es, glaube ich, besser, die Waffen nicht anzufassen. Ich war erleichtert, dieses dreckige Messer dort zurückzulassen, wo ich es gefunden hatte. Ich möchte erst mal hier lang gehen. Zu viele Türen. Viel zu viele Türen. Scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Aber hier zeigen keine Pfeile drauf, deswegen gehe ich hier einfach mal rein. Oh, die Tür war verschlossen. Es gab einen, ja, wieder einen für mich unbestimmbaren Geruch aus dem Inneren. Ich kann mir aber vorstellen, wie das da alles irgendwie riecht. Masti. Na ja, ihr könnt es ja dann alles für euch nachgucken. Ist ja nicht das Problem. Es gibt dann vielleicht auch Aufschluss darüber, was vielleicht da drin ist. Was ich jetzt natürlich nicht erraten kann. Na ja. Okay, ist die auch zu? Nee. Tatsächlich irgendein Generator oder sowas. Was ist das? Ein Ventil. Das möchte ich noch nicht bewegen. Auch wenn da eine Eins daneben steht. Ich war mir nicht sicher, aber ich glaube, es war eine Art von Regulator. Ich hatte keine Ahnung, wie er funktionierte. Okay. Sagst du nochmal was dazu? Durch den Staub hindurch konnte ich die Handabdrücke von den vorherigen Benutzern sehen. höchst du wahrscheinlich von den Leuten, die halt auch hier immer, wer auch immer hier unten gearbeitet hat. So ungefähr. Was sagst du hier dazu? Du wirst es ja nicht einfach umdrehen, oder? Du wirst mich ja vorher nochmal fragen. Ich war mir nicht sicher, wofür diese Ventile eigentlich gut waren. Habe ich es trotzdem gedreht? Nein. Ich habe das Ventil, äh, ja, in Ruhe gelassen. Ah ja, da steht auch die Eins daneben. Da steht keine Nummer daneben. Da steht die Zwei daneben. Da ist Ventil Nummer Zwei. Und da geht es zu Ventilen Drei und Vier. Ich frage mich... Oh, ich würde wirklich gerne wissen, was passiert, wenn man sie dreht. Und auf der anderen Seite, wenn man es sein lässt. Ventil Nummer Zwei und Ventil Nummer Zwei. Und nichts weiter. Also da ich davon ausgehe, dass, äh, also dass ich jetzt quasi so spiele, wie ich auch selber in so einer Situation handeln würde und nicht in der Situation, wo ich das Spiel spiele, ähm, lasse ich diese Ventile einfach tatsächlich in Ruhe und gehe einfach so durch diesen Ausgang. Und wenn dann irgendwas Schlimmes passiert, dann ist es halt so. Ich kann auch nicht mal irgendwie da diese Pläne lesen, die es dort gibt. Na dann? Auf. 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 Da war eine rostige Leiter, die halb im Wasser versunken war. Das Wasser roch sehr widerlich. Ich wusste, dass ich dort nicht nach unten geklettert war. Vielleicht konnte ich einen Weg finden, das, äh, abgestandene Wasser abzulassen. Okay, gut. Also doch, die Ventile. Gut. Ah, ich sehe das schon kommen, dass hier, wenn ich hier so routiniert durchgehe, dass irgendwann was Schlimmes passiert. Ah, okay. Ich, äh, dachte, ich habe vielleicht dieses, äh, Wasserventil gedreht, um den, ja, um den Durchfluss zu unterbrechen, habe ich es gedreht, ja. Gucken wir schon mal nach, ob das reicht. Oder ob wir wirklich alle vier betätigen müssen. Ja, wir müssen alle vier betätigen. Okay. Yes. Geben ja auch immer ein anderes Geräusch von sich, oder? Yes. Was? Dieses Stampfen da, das hört sich schon irgendwie anders an. Yes. Müssen wir jetzt vielleicht noch was an diesem Regulator machen? Nee. Er sagt dazu nichts weiter. Gut. Dann. Vielleicht ist er ja jetzt mysteriöserweise offen. Nein. Ah, ist vielleicht ganz gut so. Okay. Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass man da am Boden finden wird. Was? Oh, nein. Ich darf nur bestimmte Ventile aufmachen. Oder ich muss sie noch weiter rumdrehen. Oh, wie ist sowas, Liebe. Oh. Das wäre ja auch sonst so einfach gewesen. Was sagt er denn diesmal dazu? Es sah so aus, als hätte ich den Wasserzufluss mit diesem Ventil abgestellt. Nee, da sagt er gar nichts mehr weiter dazu. Jetzt vielleicht mit dem Regulator? Nee. Ah, vielleicht muss ich die anderen noch weiter drehen. Ich habe da gerade so eine Markierung gesehen. Ja. Ich muss es noch weiter drehen. Jetzt müsste es zu sein. Vielleicht. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht zu. Das könnte aber schon zu sein. Ja. So, das auch. Ah. Das Ventil war noch immer aktiv. Habe ich es nochmal gedreht? Ja. Äh, okay. Jetzt. Ah, das Geräusch gibt also auch einen Hinweis darauf. Turned off the water flow. Okay. Das klingt ja jetzt auch sehr gut. Aber das scheint noch zu arbeiten. Das scheint immer noch zu arbeiten. Jetzt ist es auch zu. Okay. So, jetzt müsste alles soweit funktionieren. Oh Gott. Oh Gott. Ich will eigentlich gar nicht. Was ist das? Oh, da ist eine weitere Tür. Nee, dann gucken wir uns erst mal das an. Das sah so aus, als hätte das Wasser diese Platte aus der Wand gespült. Oder, ja, vielleicht auch noch ein bisschen was anderes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Hm. Da war ein kleiner Metallschlüssel übrig, der in einer kleinen Pfütze ranzigem Wasser schwamm. Habe ich ihn genommen? Ja. Ich habe den kleinen Schlüssel eingesteckt, aber er war so seltsam geformt. Und ich habe keine Ahnung, was er öffnen könnte. Oder ich hatte keine Ahnung. Der Geruch hatte sich noch immer nicht großartig verbessert. Naja, was willst du erwarten, Junge? Du bist in der Kanalisation. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Schlüssel an an der Tür mal ausprobieren kann. Die dann noch verschlossen war. Obwohl das ja eigentlich nicht so wirkt, als würde der zu so einer Tür passen, nachdem er es ja gesagt hat. Nee, na gut. Ich kann mich auch gerade nicht erinnern. Gab es hier vorne noch irgendwas Verschlossenes? Nee, wir haben ja nur das Videoband hier. Naja. Ich wollte nicht zurückgehen in diese Tunnel. Aber es erschien mir besser, einfach weiter zu gehen. Weiter nach vorne zu gehen. Gut. Ah ja. Hä? Waren diese Spuren da vorher schon? Okay, dann gehen wir halt wieder nach unten. Irgendeine Sicherheitsbestimmung wahrscheinlich. Ist das irgendeine kaputte Lampe? Aber ich bin so froh, dass diese Taschenlampe einfach funktioniert. Ah ja, genau. Die Sicherheitsposter hatte sicherlich schon bessere Tage gesehen. Wie alt war diese Anlage? Hier? Okay. Ich möchte trotzdem erstmal hier durchgehen. Oh. Die Tür war verschlossen. Ich konnte ein fahles Licht darin erkennen. Oh, jetzt geht's wieder nach oben. Okay. Oh nein. Was ist das? Eine Videokamera? Holy crap. Es war eine Sicherheitskamera in dem Raum. Es muss eine Möglichkeit geben, zu sehen, was dort geschehen war. Vielleicht könnte die Videokassette, die ich gefunden habe, hier nützlich sein. Ähm. Ich konnte mir nicht helfen, aber ich hatte das Gefühl, als würde jemand von der anderen Seite auszugucken. Ah, das kann ich mir vorstellen. Ach, zu dem Blut sagt er jetzt schon gar nichts mehr. Das ist eine Leiche. Scheiße. Ich habe einen weiteren, eine weitere Leiche gefunden. Ich habe einen Kanalisationsarbeiter. Er war verstümmelt. Nee. Er war nicht verstümmelt. Quatsch. Ähm. Ja. Es war nicht leicht zu erkennen. Vielleicht lieber auf diese Art und Weise. Aber er sah aus, als wurde er stochen mit dem Küchenmesser, das wir da unten gefunden haben. Aha. Ich konnte einen Schlüssel ringen. Sehen, der aus seiner Tasche gefallen war. Habe ich ihn mitgenommen. Ja, den nehmen wir jetzt mit. Ich habe meinen Mut zusammengenommen und den Schlüsselring, äh, ein Stück, ja, weggeschnipst oder weggetreten, was auch immer. Und ihn dann in meine eigene Tasche getan. Oh Gott. Was ist hier nur passiert? Okay, dann gehen wir halt wieder zurück. Und folgen dem Pfeil. Da war eine Spur frischer Luft hier. Ich musste nahe des Ausgangs sein. Aber ich fragte mich. Äh. Ah, okay. Hätte ich doch nochmal zurückgehen müssen. Ah, Mist. Was hat der Schlüssel, den ich bei dem Kanalisationsarbeiter gefunden habe? Und was war auf dem Videotape, das ich gefunden habe? Der geht jetzt bestimmt nicht wieder zurück. Oh, Mist. Doch. Ah, Gott sei Dank. Ah. Ich habe den Schlüsselring benutzt, um die Tür aufzuschließen. Ah. Okay. Oh. Dieses Regal voller Sicherheitsbänder war sehr streng organisiert, aber dennoch mit Staub bedeckt. Es sah so aus, als wäre das Band, was ich gefunden habe, eins, das im Regal fehlte. Oh, wir können es abspielen. Oh Gott. Magst du noch was dazu? Ich fragte mich, was auf dem Band war und warum es weggeworfen worden war. Ich hätte ja eigentlich mit einem der normalen Länder angefangen, bevor ich mir das jetzt angesehen hätte. Aber gut. Dann machen wir es mal. Da war ein, ja, ein alter Videorekorder auf dem sich, ja, auf dem Schreibtisch. Und ich fragte mich, was auf der Kassette war, die auf dem Band war, was ich gefunden hatte. Habe ich das Band abgespielt? Ja. Oh nein. Das Video zeigte einen Mann, genau dort in der Kanalisation, der attackiert worden war. Aber das Band sah, ja, quasi verschwommen, also, ja, verkritzelt aus und, ja, stretched. Ja, halt einfach beschädigt, als hätte jemand daran gezogen. Ich sah so aus, als hätten da, wären da zwei Männer gewesen. Ich konnte mir das Video nicht nochmal ansehen. Also, im Sinne von, er konnte nicht seinen Mut dafür zusammennehmen. Okay, kommen wir jetzt zu den anderen Türen nochmal zurück, eigentlich. Okay. Das war blaste Papier, war gelb und staubig. But it had obviously been wiped off recently. Aber ich muss, es muss irgendwo abgezogen worden sein, vor kurzem. Hm. Leider verliere ich so langsam den Überblick, wo eigentlich die Türen waren, die verschlossen waren. Ja, okay. Hier jedenfalls nicht. Gut. Hier oben war das Video-Band. Genau, hier auf der Seite. Die Tür war verschlossen gewesen. Ah, okay. Ich probierte eine Reihe von Schlüsseln aus, die an dem Schlüsselring des Kanalisationsarbeiter hingen. Und einer von ihnen schien zu passen. Was ist das? Eine Sammlung alter Schnapsflaschen bedeckte den Boden. Die Wand war bedeckt mit Dutzenden von alten, verblichenen Zeitungsartikeln oder Zeitungen. Wer auch immer das getan hatte, war besessen gewesen von Mordfällen, die hier passiert waren in der Region. Laut der Ausrisse wurden Leichen in den Ravines gefunden. Im Wald und in einem Fall hingenein gestopft, ja, hinten in einem alten Truck, einem zurückgelassenen Truck. Ich konnte nicht sicher sein, aber ich dachte, dass einige dieser Artikel auch an den Tunnelwänden geklebt hatten, die ich vorhin passiert hatte. Hatte der Kanalisationsarbeiter diesen Raum gefunden? Ist das der Grund, warum er getötet worden war? Oh, oh. Der Raum sah nicht so aus, als wäre er der passende Ort, um viel zu trinken. Warum also? Oh, was ist das? Ein verblasstes, ein verblasste Quittung. Ach genau, ja, Rezepte habe ich vorhin übersetzt, aber das ist natürlich falsch, es sind irgendwelche Quittungen. Lag am Boden. Ah, okay, nee, es war keine Quittung, es war ein Ticket oder sowas. Naja, doch, eine Quittung von der, ja, von der örtlichen Eisenbahnstation und sie war für zwei Tickets. Ich konnte mir nicht vorstellen, von welchem Nutzen diese Quittung sein würde, aber habe ich sie mitgenommen? Ja, warum nicht? Ich faltete sauber das, äh, die alte Quittung zusammen und, äh, schob sie in meine Vordertasche. Okay. Der entire room, ja, der ganze Raum war ein Chaos. Sagt er dazu noch was? Nee. Gehen wir hier wieder raus. Gab es hier noch eine Tür, die zu war? Ich glaube ja eigentlich nicht. Ich glaube, die waren alle offen. Dann gehen wir wieder zurück. Oh Gott. Nein, du hast das Messer immer noch nicht mitgenommen. Oh, scheiße. Aber was bedeutet das? Okay, es gibt Jumpscares in diesem Spiel. Okay. Okay. Okay.